Tyromotion arbeitet im Bereich der Medizintechnik und entwickelt neuartige mechatronische Technologien für die Rehabilitation. Gate System ist ein Gangroboter für die untere Extremität. Die intelligente Verknüpfung von Mechanik, Elektronik und Steuerungssoftware bildet die Basis dieser Entwicklung. In grenzüberschreitender, multidisziplinärer Zusammenarbeit von Medizinern, Therapeuten und Technikern wurde dieses Gerät entwickelt. Für die Therapie zum Beispiel nach einem Schlaganfall, der im Rollstuhl endet, kann mit diesem System neben dem Geradeausgehen auch das Treppensteigen simuliert werden. Durch den automatisierten Ablauf dieser Bewegungen können Schädigungen im Gehirn teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Die individuell gesteuerte Bewegung mit dem Roboter erzielt mit geringem Zeitaufwand große Erfolge in der Therapie.